Autoabos sind eine praktische Alternative zu Leasing und Kauf, denn sie bieten ein komplettes Angebot für individuelle Mobilität. Sei es, um die Lieferzeit zu überbrücken, bis der bestellte Neuwagen kommt oder um das Fahrrad oder Motorrad in den kalten Monaten gegen ein Auto zu tauschen. Das Autoabo bietet in vielen Lebenslagen Vorteile und außer Betriebsmitteln, Sprit bzw. Strom, ist im Preis meist alles inklusive. Das Angebot ist dabei in der Regel in Stein gemeißelt. Ich weiß ja nicht, wie es Ihnen geht, aber ich persönlich fälsche wahnsinnig gerne und beim Autokauf hat das auch immer gut funktioniert, aber beim Autoabo, da funktioniert es jetzt auch mit der Share2 Autoabo Auktion. Damit verleiht die Porsche-Bank dem Autoabo-Konzept einen neuen Dreh. Ganz nach dem Motto, biete für dein Auto den Preis, den du zahlen möchtest, geht Share2 einen Schritt auf die Kunden zu. Anders als bei schnelllebigen Live-Auktionen findet die Autoabo-Auktion unkompliziert online statt. Wir sind auf der Webseite der Porsche-Bank, gehen wir auf Produkte-Auto-Abo und dann haben wir es schon. Zu den Angeboten, Gebot abgeben. Also, was hätten wir denn gerne? Okay, da ist gerade recht viel reserviert. Wir wollen den Audi Q2, was Flottes, Fäsches für die Stadt. 1.175 Euro ist die Preisempfehlung, aber ich denke ein bisschen, was geht da beim Preis? Ja, 956, das passt. Allradautomatik, eine Laufzeit für 24 Monate. Nehmen wir 12 Monate, passt. Und wir wollen es abholen am Hauptbahnhof. Warum nicht? Das Ganze ab dem 24. um 9 Uhr. Ne, perfekt. Im Anschluss werden nur noch die persönlichen Daten eingetragen und dann heißt es, jetzt Gebot absenden. Eine Antwort erhält man innerhalb von 48 Stunden. Weiterer Vorteil des Auto-Abos, man kann das Fahrzeug tauschen. Zum Beispiel, der Audi Q2 ist mir vielleicht ein bisschen zu kompakt. Ich hätte gerne einen großen Kombi, den VW Passat. Da geben wir jetzt mal ein Gebot ab. So, 24 Monate mit mehr Kilometern. Ja, ganz genau. Das ist mir 986 Euro wert. Ich würde sagen, Gebot abgeben. Wir schauen mal, ob es angenommen wird. Wenn nicht, kommt dann von Chertou wieder innerhalb von 48 Stunden ein adäquates Gegenangebot. Jetzt ist es aber so, dass man sich vielleicht überlegt, vielleicht wäre mal ein Elektroauto was. Für einen, naja, haben wir ja auch zur Auswahl, Skoda Enyaq iV80. Den mit der großen Batterie, da wollen wir, ja, 2000 Kilometer im Monat. Und das ist mir auf jeden Fall, ja, 1076 Euro wert. Ja, auf alle Fälle. Ist ja auch ein Komplettangebot. Und jetzt Gebot absenden. Die Auto-Abo-Auktion von Chertou läuft noch bis Ende November und ist eine praktische Erweiterung des Abo-Angebots, mit dem die Porsche Bank einen weiteren Schritt auf die Kunden zumacht. So wird hier nicht nur das individuelle Mobilitätspaket geschnürt, sondern man zahlt auch den individuellen Preis. Das, was man gerne dafür zahlen möchte, tut es für mich großartig.